Exkurs zu Ananias und Zaphira. Eine komplexere Situation, der man auch nochmal zusätzlich Aufmerksamkeit schenken sollte. Und deswegen schauen wir uns nochmal eine Referenz an, eine andere Stelle, wo ebenfalls wir diese Thematik haben von einem plötzlichen Tod. Und das ist im Alten Testament, im dritten Buch Mose, Kapitel 10. Schauen wir uns auch gleich an. Um das etwas zu ergründen, weil wir wissen ja hier, dass es eine Lüge war, also die Sünde ist die Lüge hier gewesen, mit Doppelmoral bzw. Heuchelei. Und da gilt es auch für uns zu ergründen, warum genau an dieser Stelle gibt es diesen plötzlichen Tod. Wir wissen, dass Gott vergebend ist, dass er Sünden vergibt. Aber warum haben wir hier diesen plötzlichen Tod? Und da lesen wir im dritten Buch Mose, Kapitel 10, über Nadab und Abihu. Und in den vorherigen Kapiteln hat Gott deutlich klargemacht, was er für Opfer haben möchte, wie er angebetet werden möchte und wie das auch durchzuführen ist. Und da haben wir die Stiftshütte, der damalige Tempel, der erste Tempel. Und dann hier in Apostelgeschichte haben wir so gesehen den dritten Tempel, der heilige Geist, der der Tempel ist, des Gläubigen. Also im Gläubigen. Und da lesen wir vielleicht erstmal direkt im dritten Buch Mose, Kapitel 10, mit den Versen 1 bis 3. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, Ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. So, und das schauen wir einfach mal hier an. Wir haben in beiden Situationen genau ähnliche Rahmenbedingungen, dass nämlich gerade frisch dieser Tempel geschaffen wurde. Ja, das Augenmerk ist auch auf diesen Tempel. Genauso wie wir auch in Apostelgeschichte das Augenmerk des Volkes auch auf die Apostel haben. Ja, auch auf dieses Geschehen, was von den Aposteln ausgeht. So, und da fängt es gerade erst an, dass die Apostel hier anfangen, auch Gott zu verherrlichen. Beziehungsweise, dass die Leute auch den Aposteln darlegen, damit sie die Möglichkeit haben, das Evangelium weiter zu verkünden. Und wir haben hier beispielsweise in Kapitel 5 Gemeinde stehen. Ja, das ist das zweite Mal, dass das Wort Gemeinde im Apostelbrief vorkommt. Das erste Mal ist im zweiten Kapitel. Im Englischen ist es in der King James Version sogar das erste Mal, dass hier von Gemeinde gesprochen wird. Ja, also die erste Übersetzung von Gemeinde. Das heißt, wir haben ganz frisch diese Gemeinde. Und auch wenn wir diesen Vers hier lesen, der nämlich direkt auch in Vers 5 steht. Ja, als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Ja, und dann steht hier, Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Also Gottesfurcht. Ja, nicht Angst in der Hinsicht, sondern Gottesfurcht. Ehrfurcht. Genau das Gleiche haben wir hier auch. Ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Also Gott macht direkt von Anfang an klar, dass hier Gottesfurcht auch notwendig ist. Ja, ein sinnbildlich, ein Gläubiger ohne Gottesfurcht, der sich hier nicht auch an Gott wendet oder diese Gottesfurcht nicht aufbringt und nach seinem eigenen Gutdünken wandelt und Gottes Gebote ignoriert, ja, der erhält hier auch direkt sinnbildlich den Tod. Weil wir haben ja bei Ananias stehen, dass es heißt, dass er den Heiligen Geist belogen hat. Also das sollte man sich in Erinnerung rufen, dass man auch es so sehen kann, dass dieser Tod eine sehr deutliche Aussage hat, die anderen Gläubigen direkt zu ermahnen, dass sie nicht auf Abwägen wandeln sollen, vor allem nachdem sie kurz zuvor, kurz zuvor die Anweisungen ja bekommen haben, wie sie es zu tun haben und sich dagegen richten. Ja, wo man auch überlegen kann, dass man sagt, naja, sie richten sich absichtlich, absichtlich gegen Gott. Ja, sie sündigen freiwillig, wie es ja auch hier heißt. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Ja, also wo freiwillig, mutwillig die Sünde gesucht wird. Da lesen wir ja auch im Neuen Testament, dass derjenige, der mutwillig der Sünde nachläuft, dass es für diese Sünde kein Opfer mehr gibt. Also, das ist eine Geschichte, die den Gläubigen auch mal wachrütteln soll, dass er gottesfürchtig laufen soll und sich nicht immer zusprechen soll, naja, Gott vergibt mir, Gott vergibt mir, Gott vergibt mir, was er auch tut. Er ist schnell im Vergeben der Sünde, aber diese Beispiele zeigen uns auch, dass unser Handeln immer eine Konsequenz hat. Ich wünsche allen Gottes Segen und sage bis zum nächsten Mal.